Hallo zusammen, ich bin Matthias Dolderer, Weltmeister im Red Bull Air Race. Für den guten Zweck gebe ich euch jetzt die einmalige Gelegenheit, einen spektakulären Privatflug mit mir zu gewinnen. Im Gewinner erwartet einen richtig coolen Tag hier am Flugplatz bei uns in Tannheim. Wir gehen gemeinsam eine Runde mit diesem Flugzeug fliegen. Richtig Hardcore-Kunstflug mit Looping-Rollen und allem, was ihr niemals vergessen würdet. Und jetzt wünsche ich euch viel Glück. Und jetzt im Nüttel ganz nah links entdeckt. Ganz jetzt, ganz einschlag, ganz einschlag. Kommt, ganz einschlag, ganz einschlag. Wisst ihr, was das Beste an der Aktion ist? Mit jedem einzelnen Loskauf und Spende unterstützt ihr die Laureus Sport for Good Foundation. Worauf wartet ihr also noch? Klickt einfach auf den Link oder geht auf viprice.org. Und sichert euch die Lose für eure Chance auf einen außergewöhnlichen Privatflug mit mir. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.